Sonnenstrahlung oder Solarstrahlung ist die von der Sonne ausgesandte Strahlung. Das elektromagnetische Spektrum der Sonne hat die größte Intensität im Bereich des sichtbaren Lichts. Abhängig von der Wellenlänge wird die Sonnenstrahlung von der Atmosphäre mehr oder weniger stark absorbiert. Die an der Erdoberfläche eintreffende Intensität hängt zudem stark vom Wetter und vom Sonnenstand ab. Meist nicht zur Sonnenstrahlung gerechnet wird die neben der elektromagnetischen Strahlung von der Sonne ebenfalls emittierte Masse behaftete Teilchenstrahlung. Sie besteht aus den geladenen Teilchen des Sonnenwinds und den Neutrinos die bei der Kernfusion im Innern der Sonne entstehen. Sonnenspektrum Die elektromagnetische Strahlung der Sonne hat ihr Maximum bei 500 Nanometer Wellenlänge, reicht aber von harter Röntgenstrahlung mit weniger als 0,1 Nanometer bis zu langen Radiowellen. Das Spektrum ist von etwa 140 Nanometer bis etwa 10 Zentimeter näherungsweise das eines schwarzen Strahlers bei einer Temperatur von knapp 6000 K. Der Temperatur der Photosphäre Im Bereich von Nahinfrarotstrahlung bis ins UV enthält das Spektrum eine Vielzahl von Absorptionslinien, die sogenannten Fraunhofer-Linien. Sie entstehen durch Strahlungsabsorption in der Chromosphäre der Sonne. Sonneneruptionen, deren Häufigkeit von der Sonnenaktivität abhängt, erhöhen die Strahlung im Röntgenbereich kurzfristig um mehrere Größenordnungen, tragen aber nur wenig zur Gesamtstrahlung bei. Oft werden sie von langwelliger Radiostrahlung begleitet, die abhängig vom Intensitätsverlauf als Typ 1 bis Typ 5 kategorisiert wird. Die ruhige Sonne strahlt im gesamten Radiofenster. Dort ist ihr Spektrum nicht mehr das eines schwarzen Körpers. Vielmehr steigt die effektive Temperatur von ca. 6000 K bei 1 Zentimeter Wellenlänge auf eine Million K bei 10 Meter an. Ebenfalls mit der Wellenlänge wächst der scheinbare Durchmesser der Sonne. Die Strahlung wird zunehmend von der äußeren Atmosphäre dominiert. Es handelt sich um Synchrotron-Strahlung schneller Elektronen, die um Magnetfeldlinien spiralen. Die wichtigsten Strahlungsanteile einer gestörten Sonne sind Langsame Strahlungsänderung proportional zur Sonnenfleckenanzahl, dazu auch solarer Radioflussindex. Rauschstürme oberhalb 100 MHz dauern mehrere Tage. Strahlungsausbrüche in Verbindung mit Flares und CME Dauersekunden bis Tage. Sie werden unterteilt in Kategorie Nibis V. Solarkonstante Hauptartikel Die gesamte elektromagnetische Strahlungsleistung der Sonne wird durch die thermische Strahlung der Photosphäre dominiert, die um weniger als 0,1% schwankt. Die auf die Erde fallende Leistung schwankt wegen der Exzentrizität der Erdbahn im Jahreslauf um knapp 7%. Die mittlere Leistung pro Fläche wird Solarkonstante genannt. Sie wird außerhalb der Erdatmosphäre betrachtet und beträgt. Die bei der Kernfusion im Innern der Sonne entstehenden Neutrinos tragen 2% der Fusionsleistung fort. Dämpfung durch die Atmosphäre Die Intensität der Sonnenstrahlung ist am Boden geringer als außerhalb der Atmosphäre, deren Absorption und Streuung stark wellenlängenabhängig ist. Der vom menschlichen Auge wahrnehmbare Anteil, welcher knapp die Hälfte der solaren Strahlung ausmacht, erreicht bei klarem Wetter und hohem Sonnenstand zum größten Teil die Erdoberfläche. Die nicht sichtbare Strahlung ist ganz überwiegend nahe Infrarotstrahlung, von der etwa ein Viertel in der Atmosphäre absorbiert wird. Hauptsächlich durch Wassermoleküle. Von der Ultraviolettstrahlung, welche weniger als 10% der Strahlung ausmacht, dringt UVA weitgehend durch. Hauptsächlich geschwächt durch Rayleigh-Streuung, die auch dafür verantwortlich ist, dass der Himmel blau ist und man im Halbschatten braun wird. UVB wird von der Ozonschicht stark absorbiert, UVC von Luftsauerstoff. Die genaue Berechnung des Strahlungsflusses in Abhängigkeit von Sonnenstand und Höhe über dem Meeresspiegel ist schwierig. Näherungsweise berücksichtigt man lediglich die zu durchdringende Schichtdicke der Atmosphäre in eher Maßeinheiten und die Sonnenscheindauer. Wolken vermindern die Direktstrahlung. Langdunst erhöht die Diffusstrahlung. Diffusstrahlung und Direktstrahlung an einem Ort ergeben zusammen die Globalstrahlung. Bestrahlungsstärke. Fällt die Sonnenstrahlung schräg ein, verteilt sie sich über eine größere Erdoberfläche. Die Bestrahlungsstarke sinkt. Dieser Effekt verläuft mit dem Sinus des Höhenwinkels. Der Einfluss der Jahreszeiten in den Tropen ist kaum merklich. Da der Sonnenstand dort am Mittag immer steil ist, herrscht ein Tageszeitenklima. Außerhalb der Wendekreise besteht ein Polwärts zunehmender Unterschied zwischen Sommer und Winter und zwar sowohl durch den Einstrahlungswinkel als auch durch die Polwärts immer größeren Unterschiede bei den Tageslängen. In Mitteleuropa steht die sommerliche Mittagssonne 60 Grad bis 65 Grad hoch und strahlt bei idealen Wetterbedingungen mit einer Bestrahlungsstärke von etwa 700 Watt Quadratmeter. Im Winter sind es nur 13 Grad bis 18 Grad und selbst zum Mittag nur etwa 247 Watt Quadratmeter. Die Erwärmung der Erdoberfläche hängt von der Dauer des hellen Tages ab. Ende Juni beträgt die Dauer in Mitteleuropa etwa 16 Stunden, im Dezember 8 Stunden. Das Verhältnis der gesamten eingestrahlten Sonnenenergie beträgt zwischen diesen Monaten etwa 5 zu 1 bis 10 zu 1, wird aber durch Wärmespeicherung vor allem durch die Meere gemildert. Beim Mikroklima hängt die Bestrahlungsstärke sowohl vom Einstrahlungswinkel ab als auch von der Sonnenexposition. Messung Die Messung der Sonnenstrahlung erfolgt über Pyranometer, Pyheliometer oder Sonnenscheinautografen. Letztere werden vor allem zur Bestimmung der Sonnenscheindauer benutzt. Die Solarkonstante wird hingegen über Radiometer gemessen. Strahlungsbilanz Hauptartikel Die Temperatur der Erdoberfläche wird global von der Strahlungsbilanz dem Strahlungshaushalt bestimmt. Damit wird das Zusammenwirken von Absorption und Reflexion sowie Remission und Streuung erfasst. Siehe auch Strahlenbüschel